Okay, was fehlt mir jetzt? Mir fehlen die zwei Kompressoren. Ich bin so ein Trottel, ja klar. Ach, puh, was fehlt mir jetzt alles? Mir fehlen die Wooden Transport Pipes, mir fehlt ein Redstone Engine. Mir fehlen drei Kompressoren. Okay, dann muss das wohl so sein. Und mir fehlt noch der richtige Transformator. Ah, puh, ich brauche ja den hier. Den von der Badbox, ach Gott. Ich bin so ein Held. Wegen der von der Badbox dann nochmal. Machen wir den zuerst? Den war mit Holz, glaube ich, und mit Kabeln. Und Kupfer, irgendwie sowas. Äh, machen wir den zuerst. Ach Gott, ja, das ärgert mich jetzt aber richtig. So, wie war der jetzt? Der war irgendwie... Nee, ich meine, der war so... So, dann so, glaube ich, oder? Da, Transformer. Den hatte ich gebraucht. Verdammt! Okay. Kompressoren, drei Stück. Gib mal her. Gib her. Und ich brauche ein Dingenson. Ihr wisst schon, ein Piston-Teil. Redstone-Fiech. Habe ich hier noch drei? Hier sind genau drei Waterproof. Äh, Wooden... Wooden Transport Pipes suchen. Okay, ich brauche jetzt drei Schaltkreise. Da reicht das ja nie und nimmer. Ich brauche das, was ich auch gerade nicht habe. Ich brauche das hier. Ich muss kurz raus. Ach nein, das wird auch schon wieder Nacht. Ist mir gerade egal. Ich sammle hier kurz ein bisschen von dem Zeug hier. Da ist noch eins. Jetzt kommst du hier. Oh, da habe ich liegen gelassen. Ähm. Kommst du jetzt auch mal? Hier habe ich dann 18 Stück. Äh, du hast irgendwie keins. Du hast keins. Dann wirst du jetzt hier abgeholzt. So, dankeschön. Das reicht jetzt, was ich da dabei habe. Da, zack. Hauen wir es rein. Hier kriegst du noch ein paar Übertakte dazu. Und ich gehe jetzt pennen. Mensch. Boah, das nervt mich jetzt aber voll. Oh man. Diese... Ah. Okay. Ganz ruhig bleiben. Danke. Was habe ich gesagt? Ich brauche drei Schaltkreise. Also brauche ich 18 Stück. Also kann ich hier nochmal ein paar von denen reinlegen. Das sind Gummi. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da. Da. So. Drei Schaltkreise. Drei von denen. Eine habe ich schon. Ah. Stone. Darf ich nicht vergessen. So. Drei da. Drei da. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habe ich gesagt. Sollte es aber hinhauen. So. Drei Kompressoren habe ich jetzt. Jetzt brauche ich noch einen Piston. Nein da. 1, 2, 3. So. Und geht es auch mit verschiedenen Holz? Ja. Es geht sogar. Gut. Dann brauche ich jetzt noch Stiggis. Stiggis. So. Ich brauche zwei von denen noch. Gut. Jetzt habe ich es dann hoffentlich gleich wieder. Ach jetzt. Das Glas fehlt jetzt. Genau. Ein Glasblock noch. Sehr schön. Also nochmal. Zack. 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 Okay. Bevor ich jetzt alles nochmal mache. Ganz ruhig. Habe ich Kabel dabei genug? Ich hoffe es mal. Jetzt muss ich jetzt nochmal zurückrennen. Boah. Ey. Okay. Der hier kommt jetzt dahin. Nein. Kommt er nicht. Ich habe es. Jetzt habe ich das Ding vergessen. Ich muss es umdrehen. Ach Gott. Ah. Okay. Ganz ruhig bleiben. Wir kriegen das Sinn. Wir schaffen das. Wir bleiben stark. Wir brauchen eine Wrench. Und zwar die von... Ah ne. Schraubenschlüssel habe ich es genannt. Schaut ja heiß aus. Okay. Wir schaffen das. Ich hätte genug Kabel mitnehmen müssen. Ich weiß nicht, ob ich genügt ein Tab. Ist jetzt auch wurscht. Wir testen jetzt sowieso bloß jetzt an einer einzigen Maschine. Und... Habe ich da eigentlich noch Energie drin? Minimal ist. Aber was soll's. Gut. Ich hätte eigentlich irgendeine Maschinen nehmen sollen, die ich nicht brauche. Nehmen wir kurz da und... Es funktioniert. Gut. Sehr schön. Jetzt bin ich glücklich. so und dann so dass dann so hoch und hier ebenfalls mit dem ding aus naja so dass dahin das dahin und dass dahin gut die teile schon wieder dran bringen dass da das hier und das da und natürlich die hier 1 2 und 3 oder es will jetzt noch ein paar kabel oder ach nicht fehlen stone pipes ok kabel und rohre brüch noch ein eisen und pastor sowie sowieso paar kopferkabel das wäre schon hinkriegen kabel kabel sage ich schon kabel brauche ich aber auch einfach so halt da fällt mir gerade ein so ich brauche neun stück genau und jetzt kabel noch so das sollte jetzt aber passen und jetzt noch ein bisschen energie ach das kann ich auch vom leppet nehmen müsste theoretisch auch zurückfüllen können vom leppet in den mfc zum antesten ok das teil wird jetzt nicht hochgehen das haben wir gerade getestet jetzt braucht eigentlich noch strom so dass dahin dass dahin dass so es noch das strom also hier iron transport pipe und stone so war mir hier mal hier und jetzt hier die heißen habe ich den nein ich habe den habe ich den abgelegt ach habe ich wirklich abgelegt ja habe ich aber was ich schon machen kann ist 123 12 da hat schon mal ein schnee wollen hin klickt und hier auch ok warum habe ich den eigentlich abgelegt habe ich den wirklich abgelegt und das sehe ich ihn jetzt aber bloß nicht ich habe wirklich abgelegt ok wer es nicht im kopf hat hat es in den beinen so heißt auch das schöne sprichwort da ist es ja so hier kommt der klempner ich muss hier rohre richtig rum verlegen die öffnungen richtig rum reinhauen geht das mensch nie funktioniert schon mal das hat man schön gesehen und jetzt muss ich mal hier ändern gut jetzt passt das hier auch jetzt kann ich hier mal starten einmal das hier und einmal das hier und dann das hier auch und hier fehlt jetzt sagt die energie ich hoffe ich will sich noch mal um die ohren ich will flirchen da jetzt auch vielleicht so 20.000 oder so machen wir mal 40.000 so dann schauen wir mal da 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 okay dann gehen hier die schneewelle rein okay dieses der transport könnte ein bisschen schneller sein ja genau und dann macht sie das ganze zu eis das könnte auch ein bisschen schneller sein hier brauche ich mehr übertakter das ist zu langsam okay jetzt ist ein bisschen kleinstarbeit genau und hier kommt dann die eisteile rein sehr schön man soll das erstmal bisschen vorlaufen wo ich muss noch wieder was essen ich komme einfach nicht zum essen ist unglaublich muss essen und dabei liana hochklettern und springen sowieso was wollte ich jetzt holen ich brauche ne übertakter bräuchte ich theoretisch auch ne ähm soll ich ganz vergessen was ich holen wollte wie vergesslich kann man eigentlich sein oh man also heute ist nicht mein tag ob wir jetzt mal alles weg vielleicht fällt mir dabei wieder ein was ich eigentlich holen wollte ich wollte den übertakter und noch irgendwas was war irgendwas golden genau gold gold teile das da genau glas brauche ich machen wir hier mal glas nehmen wir das eisen raus warum möchte ich das viel eisen rumliegen ich habe es eigentlich überhaupt aus hier habe ich noch mehr eisenstaub hier habe ich mehr kupferstaub hier habe ich zinsstaub was geht eigentlich hier im moment ach wenn wir es gerade da haben zack so und da dann gut dann packen wir das in den ofen hier eisenstaub und hier das bronze staub und das haben wir hier so rumliegen da 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 nichts holen und dann hier das ob sie machen wir nochmal diamanten ja ich weiß war eigentlich gar nicht der plan aber was weiß so und dann packen wir das nochmal kurz weg zur ordnung ach jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte das gold gesehen und sofort ist wieder eingefallen so durch wollte ich golden transport pipe so und packen wir das gold da rein ach da gehen wir jetzt schnell rüber und transformer ach will ich das jetzt machen bei overclocker da hauen wir das kurz da rein machen wir vielleicht noch einen mehr ich hoffe doch das material habe ich gerade dabei so und dumm dumm und hier noch eins ich hoffe der eine wird reichen und zack dankeschön dann schauen wir mal jetzt wird's grad nacht egal das ach verdammt dann gehen wir kurz schlafen und dann machen wir das ganze ey so ein stress hier jetzt kann ich vermutlich nicht schlafen doch geht schon gut dann schmeißen wir uns kurz in die federn und springen frohen mutters wieder hinaus und testen jetzt die teile aus halt wrench mitnehmen dann am ende bau ich es noch irgendwie wieder falsch ein oder so und dann ist das geschrei von mir wieder groß weil es nicht klappt also so machen wir das mal hierher hörst du hier mal auf das macht sowieso gerade nichts weil hier kein strom mehr drin ist ok dann wäre es sowieso hier gerade egal gewesen kannst du euch auch wieder ausmachen packen wir uns da rein und ach ich brauche noch eine powerung ähm so machen wir das so dann bist du von dem gepowert und du würdest von dem mit gepowert werden gut ich wollte jetzt das nicht extra irgendwie machen aber hier kommt sowieso grad nichts rein genau und du brauchst nochmal nen übertöpter weil du zu lahm bist wie viel eis ist da drin zwölf stück gut dann ach schmeißen wir das nochmal an zum testen so bisschen strom aber dann nochmal 20.000 rein wahrscheinlich rechte sind dann vorne nicht aber was solls der geht hier ein bisschen schneller theoretisch müsste ich das hier auch noch mit rein bauen so einen moment hört ihr mal hier zwei mal auf und du auch ich habe gesagt du sollt aufhören ja das ist wahrscheinlich die letzte ding geht hier dann noch rein dann bist du da durch dann kommt das hier weg dann packen wir den dazu und dann habe ich noch redstone da schon dann packen wir das auch noch da rein gut dann fängst du mal an und so das ganze gut dann geht das alles hier schneller rein ich hoffe das passt jetzt dann auch lass mal ein bisschen vorladen und dann schauen wir mal das uran da rein wenn das system funktioniert dann bauen wir das gehäuse außen rum dann 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 Bis zum nächsten Mal.